Ich bin da mal gespannt, was die neue Fähigkeit ist. Ich weiß es nämlich gar nicht, muss ich ehrlich zugeben. Irgendwas mit Kugel. Es könnte sein, dass es wieder sowas ist, aber ich weiß echt nicht mehr. Also sowas wie im anderen Spiel. Ich weiß es aber wirklich nicht, also ich hab keine Ahnung. Oh, knapp. Da hätte ich lange springen können. Ich glaub, da hätte ich lange springen müssen. Oder? 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 Ich weiß es nicht. Hm. Leid schon Zug. Ich glaub nicht, dass das mal, äh... Ja, da... Muss ich, glaub ich, lang springen. Ja, das kann ich gar nicht mehr schaffen. So schlecht, ey, so schlecht ich bin, ey. So... Ja, komm, in den 10 Sekunden kann man doch schon... Kann ich doch schon aufhören eigentlich, ne? Aber ich lass die... Aber ich lass die... Drei... Drei... Zwo... Eins... Schlecht. Ähm... Ich will wenigstens noch wissen, wie weit ich hätte kommen müssen noch. Ja, normalerweise hätte ich's geschafft, denke ich mal. Aber, okay. Äh... Da. Hier gibt's auch, äh, Zeit-Herausforderungen und Regen-Herausforderungen und alles, was man... Was dazu gehört. Bist du hundertprozentig sicher? Na gut, wenn du es so willst. Bla, bla. Ich kann das ja gleich mal komplett vorlesen, wenn ich nochmal... Naja. Nun, da wir Memmen sind, äh, Männer, tut mir leid, ja. Dupdi-dupdi-dupdi-dupdi-dup. Schon 43 Minuten. Schalala. Oh, ja, äh, hi. Toll! Du hast genug Goofy-Kuber-Münzen, um die nächste Fähigkeit zu erlangen. Die Seifenblasenkugel, ups, ich. Bowlingkugel. Allein schon Seifenblasen. Sprykomatisch! Oh, ich habe meinen Löffel vergessen. Nein, Seifenblasenkugel. Sie ist nützlich für Dinge, an die du nicht näher herankommen möchtest. Du kannst mit einer Bowlingkugel werfen, indem du Kreis drückst. Diese bösen Blechköpfe müssen gestoppt werden. Die Muschelstadt liegt auf der anderen Seite. Dieses dunklen, angsteinflößenden Ortes. Echte Männer haben keine Angst vor der Dunkelheit. Du musst über diesen Graben kommen. Echte Männer haben keine Angst vor dem Graben. Natürlich haben sie keine. Such einfach nach Monstern. Genau, tun wir das mal. Monster. Okay, es ist genau das Gleiche. Also. Ähm. Da kommen wir nicht rüber. Gut. Ja genau, das sind so eine Sachen. Genau, ja. Also, wir stellen uns mal hier hin. Geht das nicht oder? Moment. Das will ich jetzt wissen. Hallo. Okay, es geht nicht. Kein Pudel, kein Pudel. Ja genau. Gut, war eigentlich falsch rum, aber was soll's. Oh, da kommen Sterne raus. Wie schön. Oh, Patrick wird müde. Komm hier hoch und kämpfe wie ein Seestern. Ja, da haben wir die Eigengrütze Schießer. Die sich verpissen. Weil sie Angst haben. So. Äh, wo kommt der denn her, ey? Hä? Hat der gespawnt oder was? Pum. Ins Gesicht. Gut, wollen wir hier erstmal schön. Macho-wäßigen Mannsprung. Yes. Au. Ne, der Raum dreht sich, glaube ich. Hallo. So. Okay, okay, okay. Hinauf, hinauf. Und Kramberger fressen. Und Kramberger fressen. So. Diese Wandsprünge nach vorne mag ich immer nicht. Die sind voll nervig. Äh, der nur wieder. Moment. So. Mist. Würde ich früher schlagen. So, tschüss. Ja, das rief vor Macho. Hoch. Ja, ist richtig. Also nochmal, äh, schon wieder hier. Geh mir hier auf den Sack, Junge. Also. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. So. Und so. Komm her. Und jetzt. Und jetzt. So. Die gehen unter, der kommt hoch. Die kommen hoch. Der geht unter. Und rüber. Sauber. So. Und. Plopp. Bumm. Ja. Das ist auch doof. So. Jetzt einmal rüber. Au. Superschwamm. Rettet den Tag. Stereight. Ich weiß gar nicht, kann ich die eigentlich zurückschießen? Also so nicht, aber vielleicht wenn. Schieß. Das will ich jetzt wissen. Ja, geht. Alles klar. Was mache ich denn? Mache ich diese Alfenblasenkugel oder doch? Äh, die Gesundheit. Ich glaube, ich mache die Gesundheit von Spongebob. Ich bin ein harmer Schwamm. 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 Ja, das weiß ich schon. Huch. Es geht nichts über männliche Dinge. Pom. Pom. Ja, komm. Ist mir auch immer völlig egal. So. Niemand kann das. Au. Ja, komm, ich bin gleich tot. Oh, hi. Ja, ich bin tot. Hey. Sag nicht sowas. Das ist ja mal absolut... Wow. Bäm. Bäm. Sogar hier, wo ein Checkpoint ist. Au. Bin ich zu schnell? Ich werde monsterkrank. Sponchpap. Hier gibt es bestimmt... Gab es hier nicht irgendwie... Irgendwas besonderes? Naja. Ach, das gab's ja, na dann. Und ich glaube, das war zeitbegrenzt, deswegen werde ich jetzt gleich abschmieren. Oh, das war knapp. Aber ich hab's geschafft. Hey. Boom.